Teil 5 UiS Gemini Centauri-System Penny hatte sich seit genau 17 Minuten nicht mehr bewegt. Admiral Showalter hatte nach ihr geschickt, als sie auf dem Weg zur Nachbesprechung war. Damit hatte sie gerechnet. Womit sie hingegen nicht gerechnet hatte, war die Stille. Grandpa hatte kein Wort gesagt, nachdem sie eingetroffen war. Er sagte auch kein Wort, als sie salutierte. 17 Minuten lang starrte er sie einfach nur an. Sie konnte hören, wie die Ventilatoren ansprangen. Sie konnte die gedämpften Stimmen der Besatzung hören, die vor der Tür vorbeigingen. All das war ohrenbetäubend in dieser Stille. Fünf weitere Minuten vergingen. Sir, ich... Er brachte sie mit einer schnellen Handbewegung zum Schweigen. Showalter ließ seine Hand sinken und nahm seinen starren Blick wieder auf. Penny war schon einmal in dieser Situation gewesen. Das Schweigen war ein neuer Trick, aber das war okay für sie. Was sie nicht ertragen konnte, war diese nagende Angst, die in ihrem Herzen brodelte. Die Angst, dass Cal etwas Schlimmes passiert war. Zwei Systeme entfernt. In der Landebucht des Flaggschiffs des Vanduulclans stieß ein Plasmagewehr Cal Mason aus seinem Versteck in Richtung der beiden Humanoiden und des Vandulkommanders. 16 weitere Gewehre wurden auf ihn gerichtet. Was zum Teufel soll das? Einer der Humanoiden sprach durch eine Box, die seine Stimme verzerrte. Hi, sagte Cal. Er hielt seinen Blick auf den Vandulkommander gerichtet. Offensichtlich mochte der Vandul Direktheit, also wollte er versuchen, nicht zurückzuschrecken. In seinem Kopf aber kramte Cal nach Ideen. Der Vandulkommander zog sein Messer, als er auf Cal zuging. Er setzte die scharfe Klinge gegen den Sauerstoffschlauch seines Anzugs, während er sich herunterbeugte und ihm etwas ins Gesicht murmelte. Es war eine Mischung aus Knurren und Zischen. Vandul klang für Cal immer wie ein schmutziger Motor, der gerade anspringt. Er will wissen, ob Sie allein sind. Der erste Humanoide übersetzte es. Und ich würde Ihnen lieber antworten. Ja, ja, ich bin allein. Die Klinge drehte sich gegen den Sauerstoffschlauch. Es folgte eine weitere Reihe von Knurre- und Zischlauten. Er hält sie entweder für dumm oder für verrückt. Cal zuckte mit den Schultern. Sag ihm, man hat mich bereits beides genannt. Er riss sich zusammen, wollte einfach abwarten und sehen, ob sich irgendeine Gelegenheit ergab. Der Vandul blickte wieder zu dem Humanoiden, der übersetzte. Der Vandulkommander fand das offenbar nicht lustig. Er packte Cal an der Kehle und begann sie zuzudrücken. Der Humanoide trat vor und sprach in schnellem Vandul. Die anderen Vandulsoldaten richteten ihre Waffen aus. Der Geschützturm der Constellation in der Landebucht drehte sich hin und her. Der Kanonier war offenbar erschrocken über die rasch außer Kontrolle geratene Situation. Cal rang nach Atem gegen den schraubstockartigen Griff des Vandulkommanders. Seine Sicht begann zu verschwimmen. Noch ein paar Sekunden, ein letzter Kampf, und er tauchte in die Dunkelheit ein. Cal kam wieder zu sich. Er brauchte einen Moment, um klar im Kopf zu werden. Er befand sich mit dem Gesicht zu einer Wand. Er trug seinen Anzug nicht mehr. Sein Kopf pochte. Er konnte seine Hände nicht bewegen. Sie waren mit Handschellen gefesselt. Cal brauchte noch ein oder zwei weitere Sekunden, um sich zu sammeln, bevor er sich umdrehte. Er war in der Constellation. Sie hoben soeben von der Vandul-Flugbucht ab. Der Humanoide, der offenbar fließend Vandul sprach, stand etwa fünf Meter entfernt, immer noch von Kopf bis Fuß in seinem Anzug. Also, quäkte er aus seiner Verzerrerbox. Wie wär's, wenn du mir erzählst, warum du auf einem Vandul-Clanschip herumschleichst? Cal setzte sich mühsam auf. Er schaute sich im Laderaum um. Ein Mann kletterte aus dem Frachtraum der Constellation und flüsterte zu dem anderen im Anzug, der wiederum nickte. Cal schaffte es nur, ein einziges Wort zu verstehen. Kassandra. Cal lehnte sich zurück. Ihr habt die Vandul angeheuert, um dieses System anzugreifen, richtig? Um etwas zu stehlen. Der Humanoide wartete schweigend. Was ich herausfinden will, warum ihr es nicht selbst getan habt. Für ein Schiff dieser Größe muss es doch ein Kinderspiel sein, unerkannt in ein System rein- und wieder rauszukommen. Die Gestalt griff nach oben und löste ihr Atemgerät. Außerdem, warum lasst ihr mich am Leben? Ich nehme an, ihr habt die Vandul davon abgehalten, mich sofort zu töten. Der Humanoide schnallte den Rest des Anzugs ab. Die Lautsprecherbox surrte kurz, als sie sich abschaltete. Dann zog der Humanoide seine Gesichtsmaske ab. Es war eine Frau. Ein Mensch. Kurzes, abgeschnittenes, schwarzes Haar. So schwarz, dass es fast blau wirkte. Haut so golden wie ein Sonnenuntergang. Und scharfe, intelligente, grüne Augen. Du bist unsere Geisel. Sie ließ ein vernichtendes Grinsen fallen. Ich hoffe, es macht dir nichts aus. Einen Moment lang hatte Kerl wirklich nichts dagegen. Zurück auf dem Flugdeck der Gemini geschah ein Wunder. Piloten, Vorbereitungscrews und Mechaniker starrten sich alle ungläubig an. Jeder konzentrierte sich auf eine Sache. Admiral Showalter kletterte in einen Jäger. Das Einsteigen in den Pilotensitz erinnerte ihn daran, wie viele Pfunde er zugenommen hatte, seit er das letzte Mal einen Fluganzug getragen hatte. Er konnte sehen, wie sein Exo Marden und der Rest der Brückenbesatzung applaudierten, als er aus der Startrampe schoss. Showalter setzte einen Kurs auf den Sprungpunkt. So sehr er es auch hasste. Er hatte nicht vor, jemand anderen zu schicken, um seine Vermutung zu beweisen oder zu widerlegen. Doch als er ankam, sah er nichts. Alle Scans sagten ihm dasselbe. Das System war leer. Etwas kollidierte mit seinem Flügel. Showalter schaute von seinen Scannern auf. Er flog durch ein Trümmerfeld. Es dauerte eine Sekunde, bis er erkannte, was es war. Es war... ...Karls Schiff. Teil 6 Lieutenant Cal Masons Beerdigung war eine überschaubare Angelegenheit. Das Geschwader stand stolz in Formation, aber ansonsten waren nur eine Handvoll Offiziere und die Deckcrew anwesend. Kearney, ein Mechaniker, tauchte auf. Kerl hatte Kearneys Familie vor etwa einem Jahr zur Flucht aus dem Nullsystem verholfen. Jetzt stand der stille Riese da und rang die Hände, als ob das seine Tränen zurückhalten würde. Admiral Showalter spulte die Beerdigung routiniert ab. Sein Gesicht war wie immer aus Granit. Worte wurden gesagt. Es folgte ein dreifacher Salut. Dann der Abschuss des leeren Sarges. Und das war's. Die Gruppe wurde entlassen und löste sich auf. Penny, Showalter und Kearney blieben noch einen Moment, denn jeder Schritt weg von der Beerdigung war ein Schritt in Richtung Akzeptanz des Unvermeidlichen. Kel Mason war unter ständiger Bewachung. Trotz der Handschellen, mit denen seine Hände gefesselt waren, und der Fesselung an der Wand, immer beobachtete ihn jemand. Es waren schon ein paar Tage vergangen und sie hatten drei weitere Sprungpunkte passiert. Kel war ein vorbildlicher Gefangener, aber er hielt die ganze Zeit seine Augen und Ohren offen. Die Crew der Constellation war vorsichtig, wenn es darum ging, Namen zu nennen oder Dinge in seiner Nähe zu besprechen. Das war gut, denn es bedeutete, dass sie nicht mit dem Gedanken spielten, ihn zu töten. Trotz der Versuche ihrer Geheimhaltung konnte er Folgendes aufschnappen. Das Schiff wurde Phoenix genannt. Der große Kerl, der mit der Anführerin gesprochen hatte, die vielleicht Cassandra hieß, hatte den Spitznamen Trunk. Seiner Größe und seinem allgemeinen Auftreten nach zu urteilen, schien er der Stärkste der Truppe zu sein. Und es gab irgendeine Verbindung zu Cassandra, aber Kel konnte nicht herausfinden, ob sie romantischer oder eher rein sachlicher Natur war. Dann war da ein Schütze, der gerne redete. Sein Name war Nessa Jero. Das hatte er Kel ganz offen gesagt. Er hatte auch ein Alkoholproblem, was erklärte, warum er sich an den Großteil ihrer Diskussionen nicht erinnerte. Er schien auch der Reservepilot zu sein, wenn Cassandra nicht selbst flog. Kel konnte immer erkennen, wer gerade flog. Wo sie quasi eine Tänzerin an den Kontrollen war, war Nessa die Abrissbirne. Das letzte Besatzungsmitglied war der Mechaniker des Schiffes. Er wollte nichts mit Kel zu tun haben und tat alles, was in seiner Macht stand, um nicht gesehen zu werden. Nessa nannte ihn Mahoney. Es war am dritten Tag, als sich Cassandra Kel näherte und zum ersten Mal seit seiner Entführung mit ihm sprach. Bequem. Aber sicher, wer liebt es nicht, mit Handschellen gefesselt zu sein. Kommt auf die Gesellschaft an. Stimmt. Sie grinste. Kel wog seine Optionen ab. Er könnte sagen, was er wusste, in der Hoffnung, sie so zu überrumpeln. Andererseits, wenn sie nicht anbiss, entschied sie sich vielleicht, ihn zu töten. Nein, dachte er. Besser erwartete er ab, ob er einen Hinweis darauf bekommen würde, was sie vorhatten oder wo sie hinfliegen wollten. Lass uns wissen, wenn wir etwas für dich tun können. Wie wäre es damit, wenn ihr mich gehen lasst? Ich kümmere mich gleich darum. Sie stand auf. Bei, Cassandra, sagte Kel hauptsächlich aus Neugierde. Sie wurde für eine Nanosekunde langsamer, versuchte es aber zu überspielen. Doch Kel nahm es wahr. Das beantwortete die Frage, dachte er. Doch das tat es nicht wirklich. Denn ihr Name war nicht Cassandra. Sascha Tai bewegte sich zum Pilotensessel und sie schien zu überlegen, woher er diesen Namen kannte. Sie schlüpfte hinter die Kontrollen und schaltete die Automatik aus. Die Hydraulik pulsierte in den Kontrollen, als sie das Ruder übernahm. Im Nachhinein hätte sie die Vanduul nicht davon abhalten sollen, Mason zu töten. Ihn an Bord zu haben, brachte alles in Gefahr, aber sie hatte gesehen, was die Vanduul mit UII-Gefangenen machten. Sie sagte sich, dass sie besser schlafen würde, wenn sie ihm selbst eine Kugel ins Gehirn jagen würde. Sie überprüfte die Neff-Pläne. Sie waren geändert worden, schon wieder. Nessa verschwendete zu viel Zeit und verbrannte zu viel Treibstoff mit seinen ineffizienten Flugplänen. Trunk meldete sich, als sie den Anflug neu kalibrierte. Was los? fragte er und rutschte auf den Sitz neben ihr. Nessa wird das Schiff in Grund und Boden fliegen. Sie flüsterte und sie vergewisserte sich, dass Nessa nicht in Hörweite war. Sascha hielt kurz inne und lehnte sich dann zu Trunk hinüber. Hat jemand mit ihm geredet? Ich glaube nicht. Warum? Er hat mich Kassandra genannt. Seltsam. Trunk dachte eine Minute darüber nach. Na, dann weiß er nicht, was es ist. Trotzdem. Mach dir nichts draus, Schwesterherz. Wenn er zu einer Belastung wird, werfen wir ihn über Bord. Zurück auf der Gemini lag Penny in ihrer Koje. Showalter hatte ihre Strafe für Kells Stunt bei Jahr nicht wirklich durchgesetzt. Also setzte sie die Strafe bei sich selbst durch. Sie schrubbte das Flugdeck, führte Simulationsübungen für Neupiloten durch. Alles, um beschäftigt zu bleiben. Das war der einzige Weg, um irgendwann einschlafen zu können. In der Sekunde, in der sie das Bett erreichte, fiel ihr etwas ein. Sie schnappte sich das Syss-Book aus ihrem Regal und rief alle Fotos auf, die Kerl ihr von der Siedlung auf Jahr geschickt hatte, unter anderem von der fehlenden Ausrüstung. Doch selbst nach zwei Stunden Studium konnte sie nicht herausfinden, um was es sich dabei gehandelt hatte. Also wechselte sie zur Siedlung selbst. Merkwürdigerweise waren alle Infolinks hinter Sicherheitsprotokollen verschlossen. Sie suchte nach einem Weg, sie zu umgehen, bis sie einen fand. Die Siedlung auf Jahr war im Jahr 2880 als Forschungslabor eingerichtet worden. Penny erinnerte sich, damals waren alle Wegen des neuen Synthworld-Projekts völlig aus dem Häuschen. Alle Unternehmen suchten nach Wegen, um einen Fuß in die Tür des lukrativen Regierungsprojekts zu bekommen. Sie grub weiter. Offenbar wurde die Siedlung gegründet, um an einem einzigen Projekt zu arbeiten, einem Projekt namens Kassandra. Obwohl das Meister aus Wissenschaftssprache und Formeln bestand, verstand sie doch, dass das Kassandra-Projekt versuchte, einen Planeten auf molekularer Ebene neu zu gestalten. Ein selbstreplizierender Nanovirus, der einen bestehenden Planeten zerstören und neu erschaffen sollte. Und die Wissenschaftler auf Jahr hatten es wohl tatsächlich geschafft. In diesem Moment wurde ihr Bildschirm plötzlich schwarz. Auf Wiedersehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020